Herzlich Willkommen, ja, Worms, Evolution, Best of 5 Dingens, ich bin der Derfer, du bist Driven, ja, wow, ich hab, wie viele Siege? Zwei, er hat ein, jetzt in der Höhle, diesmal wieder Inseln, denn Höhlen zacken. So, welches Teil hatten wir noch nicht? Wir hatten schon alle, oder? Ne, Strand haben wir noch nicht aufgenommen, Strand hatten wir noch vorher beim Testen. Okay, nehmen wir auf Strand. Fand ich auch am besten, es hat die beste Musik gehabt. So, viele, viele. Stimmt, da gab es das Feuerzeug. Viele. Okay. Viele Objekte, eine Flasche. Naja, was weiß ich denn, ich versuche noch ein anderes aus hier. Hoffentlich was Schönes. Das sieht auch super aus. Ja. Nehmen wir, auf geht's. Auf zur Vernichtung. Hm. Hm. Mal gucken. Na, einer sitzt unten von deiner. Jo. Deine sitzen alle so schön in der Mitte. Sollt ein echt aus. Hm. Da sieht doch gar nicht viel freundlicher aus. Da sieht doch gar nicht viel freundlicher aus. Stimmt. Das war ja nicht springen, das war ja nicht springen, das war ja nicht springen. Verflucht. Spring doch genau rauf, ey. Ah, das war ein super Start. Super Start. Oh, eine HP hat er noch. Deiner hat er auch noch. Krass, oder? So krass. Beide auf eine HP gebracht. Als hätte ich das so gewollt. Oh, und keine Karte. Ich bin schon wieder. Ich glaube, das ist am häufigsten hier in diesen Kisten versteckt, oder? Ja, ja. Das ist auch irgendwie ziemlich nutzlos. Direkt nach dem Betonese. Ich müsste sagen, die Minen machen mir Sorgen. Die da überall rumliegen. Da fühlst du dich cool, was, ja? Ja. Ah, sowas fühlst du dich cool. Warum ist denn der Swag da alleine und niemand magst Swag? Ach, weiß warum. Das kann ich deinem Feedern antun. Du kannst mit der Wasserpistole auf ihn schießen. Ja, das wird bestimmt vollbringen. Mal gucken, ob ich dich im Wasser erschließen kann. Nee. Wasser lockt alle Kugeln ab. Ja, ich sehe das. Super, und ich treffe mich. Das war Fail. Ja, ein bisschen. Die Shotgun macht doch verdammt große Löcher. Das ist fast zu groß wie die Panzerfaust. Fast. Und. Danke. So cool. Ja. Ja. Was nehmen wir denn jetzt? Jagt das Feuerzeug in die Luft. Womit hatten wir das eigentlich geschafft beim ersten Mal? Wo das so gut funktioniert hat? Weiß nicht, ich glaube das war ein Luftangriff. Luftangriff, ja? Ich glaube, ja. Du versuchst mich hier ganz schön zu rapen, oder? Ja, ja. Nani war jetzt immer mein MVP. Der hat in der letzten Runde auch 3 oder 4 gekillt von dir. Ja. Ich meine, er ist zwar jetzt schon fast tot nach einem Kill, aber... Dann verbringt er mal noch ein bisschen was. Ja, ist es. Okay. Die habe ich großes vor. Kleiner, ich weiß nicht, wer du bist. Ja, das sollte eigentlich anders laufen. Eigentlich hätte ich Schmeid treffen müssen. Ja, eigentlich würde ich Schmeid treffen. Hitbox, FDW. Da. Ein Held trifft er auf einmal. So ein Scheiß. Ernsthaft. Kisten landen auch immer so, dass sie wegrollen. Ja, natürlich. Ich meine, wie sollen sie denn sonst landen? Gerade eben. Wir haben gerade Fläche. Das wäre ja lächerlich. So, mal gucken, ob das... Ob jetzt das erste Mal so eine Rakete klappt. Ich meine, die hat freie Bahn. Ja, theoretisch ist es anzunehmen, dass sie klappen müsste. Naja. Wenn es das war, was du gewollt hast, dann hat es super funktioniert. Ja, er hätte noch ein bisschen weiter räumen müssen, dass die Mine nur runterhaut. Oder er hätte links auf die Mine fliegen müssen, dann wären beide immer tot. Das wäre noch besser gewesen. Los, ich brauche jetzt irgendwas Gutes. Ja, da ist ja bestimmt ein Fallschirm drin oder sowas. Hast du gerade die Kiste bekommen? Die ist mir auch mit Bill Clinton auf den Kopf gefallen vorhin, mit den Coins. Ach, los, kann ich nicht mehr. Das Feuerzeug ist übrigens beweglich, um das mal für die Aufnahme zu erwähnen. Bam. Irgendwie schreibt mich an. Ja, mich schreiben auch permanent Leute an. Ihr nervt, Leute. Ihr nervt. Es ist wohl so Standard. Oh, er hat ein Spiel an. Schnell. Schreiben wir mit ihm. Los, töte Charlie González. Ich weiß, ich werde das am Ende bereuen, als ich jetzt meine ganzen Switches raushau. Ach, wofür brauchst du die denn noch? Meine Würmeln sind sowieso schon alle. Ich bin so gut wie tot. Nein! Oh, wäre das lustig gewesen, wenn du gefehlt hättest. Ich hätte noch draufstehen bleiben müssen, bis die angeht. Jetzt macht's ja gar nichts. Oh, die Kiste ist aber gut. Die will ich mir bestimmt holen. Jetzt würde ich dir sogar zufragen, da kann man sich gut einbauen da unten. Das ist ja erstmal ins Wasser gefallen. Ich weiß nicht, wo das Ding hinzielt. Ja, zur Seite. Deswegen bleibe ich doch lieber mal in guten alten Baseball-Growding. Jetzt hast du meinen besten Wurm schon gekillt. Ja, das war meine Absicht. Wer ist dran? Ach, der Wurm. Verflucht soll er sein. Eigentlich lohnt es sich gar nicht, da auf dieser einen HP-Würmer irgendwas zu machen. Mann, eine Mine. Fuck. Das wäre perfekt gewesen. Ja, jetzt krieg ich meinen. Guck mal, wie perfekt das ist. Ah, du bist... Ah, das ist so... Ah, verdammt. Verdammt, ist der denn jetzt gestorben? Ich hab keine... Achso, Wasser. Wasser. Er hatte noch fünf Leben. Mann, da hätte ich zwei Seiten. So, was mein mit dem jetzt? Was mach ich mit dem denn jetzt Schönes? Okay, die da oben, die lohnen sich alle nicht, sie zu töten. Nur noch deinen 58er da. Oh, ich hab nichts mehr, was 58 Schaden macht. Verflucht. Hm. Was könnte ich hier tun? Was soll ich mit dem machen? Kamikaze. Siehste, mit Dörchen lohnt sich, Kamikaze. Oh, ein Bohrer. Ein Bohrer? Geil. Ein Bohrer? Wie gibt's ein Bohrer? Ja, ich hab doch was damit davor gebohrt. Wenn's wer presst, doch das Hammer. Alter, geh doch hoch. Ja, dein Seil macht es wieder mal beeindruckend. Ja, in den alten Timers war super gegangen hier. Ja, jetzt ist es auch kein Stock mehr. Das ist jetzt wirklich keine Karte. Wenn's passt, könnte es gut werden. Fuck. Das ist ja kurz. Tja, kannst mal sehen. Das kommt bis zur Tonne. Nee, 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 nee. Hm, was macht der jetzt? Ähm. Ist da keine Würmer mehr? Dann. Ja, das kommt bis zur Tonne. Joa. Ich werd das jetzt zwar auch bereuen, dass ich das mache. Aber, oh mein Schaf. Bam. Mein Freundin lacht mich voll aus. Ein bisschen. Oh, Kratz von Yonder-Window-Breaks. Komm, du Junge. Kiss, der hätte ich gern. Ja, du kannst jetzt dein Alts auf unserem Kanal angucken. Wir spielen Worms gegeneinander. Die sind voll cool. Echt? Nein, wir spielen Worms gegeneinander. Du kannst es dir anschauen, wenn du magst. Und ihr, die ja das hier schon schaut, schaut das hier schon. Tada. Schaut euch hin. Ja, das schaut vielleicht doch irgendjemand. Oder vielleicht auch nicht. Ein schöner Wurm. Was, Wäsche? Verdammt. Es ist ja alleine schon deswegen sehenswert, wo du dich vorher mit dem Ninja-Seil durchs Wasser geschliffen hast und tot hast. Ja. Das war der beste Move, den ich seit, also ich seit Jahren in Worms gesehen habe. Da hast du schon so viel von mir gesehen. Ja. Das ist eigentlich erstaunlich, dass du mich noch beeindrucken kannst. Los, Shotgun. Du hast mich noch nie enttäuscht. Außer vorhin da. Ich bin so... Mein Eben ist egal, in welchem Spiel Scheiße. Neh mich an. Das ist... Oh, Shotgun. Du hast mich noch geholfen. Du hast mich noch geholfen. Beide zu lassen. Bleib alert, General. Senior Tex-Max, wird mich umgekehren. Na, was überlegst du? Welche arglistigen Waffen willst du diesmal auf mich verwenden? Was könnte man denn mit ihm machen? Könnte sich einbauen. Machst einen Träger davor, voller ein Loch und dann fühlt sie sich cool. Ja, bitter, scharf. Ich hab's jetzt verschwendet. Wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? Ah, er lebt noch. Hat sich auch nicht gewohnt. Ha, ha, ha. Meine Kraft ist zu stark. Ich werde dich vernichten. Nachdem ich diese Kiste da aufgesammelt habe. Hoffe ich zumindest, dass ich die aufsammeln kann. So, mit meiner heiligen Granate würde ich dich jetzt vernichten, wenn ich eine bekommen hätte. Hab ich aber nicht. Ähm, deswegen werde ich einfach nur versuchen, ich weiß nicht was zu tun. Gut, wir machen das mal ganz konventionell. Ich meine, wir hatten in dieser Aufnahme oder in allgemein diesen Aufnahmen relativ wenige konventionelle Waffen. So, Bazookas, Granaten. Bazooka ging noch, aber Granaten sind halt schlechte Bazookas. Klar. Verflucht. So, rein vom Logischen her müsste jetzt einer von deinen unteren Leibmann kommen. Ja, theoretisch. Das heißt... Nicht Maxos, nicht Maxos. Er ist doch noch so jung. Also jetzt müsste eigentlich unten ja neben der Flasche dran sein. Los geht's! Hi, Freddy! Stimmt, du hörst ja noch wechseln. Ist ja auch kacke. Oh, Borokobuma! Was kann für die denn nur Gutes tun, hm? Hm. Hm, was machen wir denn mit dir? Es ist immer schwer zu sagen bei den letzten Fümern, weil man dann die ganzen guten Sachen nicht mehr hat. Ja! Was klaue ich mir von dir? Was klaue ich mir von dir? Ich brauche irgendwas Gutes. Ich hab nichts. Irgendwas ist es rechtfertigt. Luftangriff, natürlich! So, jetzt müsst ihr Töne-Stempel-Clonton dran sein. Mhm. Ich hab ja nix anderes mehr. Ah nein, nicht Bill Clonton! Krass. Ja. So krass gemacht. Äh, das ist, äh, das ist halt das Problem, dass dein, dein Wurm da unten drin, der ist eigentlich perfekt gespawnt von Anfang. Das ist der beste Platz für mich. Hm. 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 Sicherlich Töten. Sicherlich Töten. Wenn ich es will. Ich brauche nur etwas Mithilfe. Danke für... Ja. Hat sogar getroffen. Ich dachte ich hab nicht getroffen. Das war ziemlich viel Schaden dafür, das ist eigentlich gar nicht richtig getroffen. Ja. Eigentlich schon. So. Das ist er jetzt tot. TOT! Mega tot! Ultra tot! So tot wie man nun sein kann. Wenn von einem Nacholoro, äh, Kakoloro, geschossen wurde. Ja natürlich rechtes Medi-Kit hoher. Kleine Medi-Kit hoher du. So. Du Schwanzlutscher. So. Hm. Na, Clonton ist ziemlich aggressiv heute. Weil der zerfickt hier alles. Ready? Hm. Mach mal erstmal. Gute alte Bunkerbomber! Juhu! 30 Damage! Ben! 30 Damage haben oder nicht haben. Na, also... Jetzt hast du nur noch 65. Und du hast jetzt die Möglichkeit meinen Wurm kaputt zu machen. Krass. Das ist theoretisch habe ich die Möglichkeit, ja. Mit einem deiner... Waffen. Der Weiblichkeit oder so. Nose. Nose! 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 Ich werde jetzt mal was ganz Abgefahrenes probieren. Nose! 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 Nose!